Das heißt, ich müsste noch einen haben, eigentlich. Was ist das hier? Oh! LOL! So lag das jetzt rum. Kommt aber noch mal eins. 12% Das ist ein bisschen zu wenig in diesem Falle. Ah! Wir haben einen Transport-Transporteur mehr. Scheiße! Wie geht das jetzt? Wie kann ich das hier denn fördern? Houston, wir haben ein Problem. Ja, ja. Logistik ist ja schon gut und recht. Und wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich denn zu den Fahrzeugen jetzt? Okay, ich habe das Gefühl... Da... Okay, ich glaube, ich muss noch mehr Einwohner haben. Jetzt überschieben, bitte. Führe ich nämlich fast... Es ist schon zu kalt jetzt. Ja. So. Und die Abwehr haben wir umverteilt. Ah, jetzt haben wir die Logistik hinterbauen. Sehr gut. Okay, jetzt läuft das nämlich auch. Boah! Darf ich mal sagen? Das hat extrem viel gekostet jetzt gerade. Jetzt geht es ein bisschen hoch wieder. Okay. Also jetzt haben wir das Problem gehabt. Wir können hier nicht pro 100% arbeiten. Aber jetzt werden wir ihn fördern. So, jetzt. Das ist ja geil. Was brauche ich mir dafür? Was brauche ich mir dafür? Was ist denn das bitte schön mal wieder? Das ist eine komische Kapsel. Was macht ihr jetzt? Drohnen Hive. Ich weiß nicht, was das ist genau. Ähm... Workforce Minions... Ähm... Keine Ahnung. Was ist das nicht? Du kannst ja mal ein wenig Energie... Ja. Man muss ja mal kurz schauen, ob ich jetzt wirklich dann... Ähm... Kann es gar nicht bauen, wann ich jetzt bauen kann? Keine Ahnung. Ah, aber vielleicht muss ich das dann sein. Gut, schauen, ob das vielleicht der Fall ist. Nö, geht auch nicht, komisch. Da war auch wieder was. Was ist denn das, bitteschön? Hier hat Sachen, die man noch gar nicht bekommt. Wahrscheinlich, wie gesagt, muss man die anordnungswert herstellen. Oh, wir haben Stromprobleme, sehe ich gerade. Äh, Geomentalturbine, auch am Berg anbauen. So weit weg jetzt? Wahrscheinlich, so immer. Vier Berge haben wir nicht da, ist eins. Wie sieht das jetzt aus? Okay, ein Läusenloch in den Berg geschmolzen, aber nicht schlecht. So, globale Erderwärmung und so, let's grüßen. Okay. Jetzt haben wir zu wenig Arbeit. Ach du Scheiße, schaut mal, wie unsere Einwohnerzahl geschrumpft ist gerade. Ja, da wollte ich halt jetzt noch schieben hier. Dann komm rüber. Ja, ich weiß, du keine Straße hast, mir ist schon klar, die werde ich jetzt noch hinbaue. Da müsste er ja auch entstanden sein. Ja, er ist auch schon entstanden. Okay. Gut, die Einwohnerzahlen haben wir geregelt. Wir brauchen mehr Tiefkühlprodukte. Deshalb ja auch immer. Ich sollte einfach ein Essen darstellen, wahrscheinlich. Oh, nee! Das ist ein Schirmung, sehe ich gerade. Okay, sehr gut. So, das läuft ja. Kann er alles einschieben, wahrscheinlich. So, das ist ein Mensch, was am dem. Okay. Ja, die Säfte. Die müssen wir ja wirklich importieren, im Endeffekt. Was ist das hier eigentlich? Da können Fische herstellen, ne? Ich glaube, das war etwas, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, in dem Moment gerade. Vielleicht mehr oder weniger Geldverschwendung war, aber gut. Okay, jetzt gehen wir uns dieser Strohball. Ach, das sind hier die Ressourcen. Okay, alles klar. Das ist wie die Bioplastik beim anderen Ort. Aber wir hier diese anderen Dinge hier. Okay, alles klar. Okay. Okay. Ah, jetzt geht es aus. Sehr gut. Ja, natürlich wieder mit Krieg. Bei Wien. Was ist denn das, bitteschön? Wie gesagt, es wäre toll, wenn man noch die Steuer dafür bekommen würde. Wie gesagt, das Spiel ist immer noch erst erschienen. Komischerweise ist zum Beispiel die Goldversion erst übermorgen verfügbar, sowie auch die Handelsversion. Also es kann gut sein, dass genau das der Grund ist. Ich habe hier Brutprinz. So, das war es auch. Warum kann ich noch? Boah, das ist so viel größer, als ich WTF bin. WTF? Gut, das heißt, in dem Fall müssen wir wieder auf die globale Karte und dann hier verteidigen oder angreifen, um unsere Basis hier bauen zu können. Also ich muss sagen, das Spiel macht schon echt Laune. Mit diesen kleinen Zwischenmissionen hier ist ein bisschen Abwechslung geboten, ein bisschen auch kämpferisch, nur dass er die Einheiten hat vorgegeben. Oder bis sie mit diesen Fähigkeiten handhaben oder Hals-Ressourcen-Handel betreiben. Management sozusagen. Okay. Also das Volk besteht anscheinend immer aus dem selben Schiff ungefähr. Eins habe ich abgeredet, aber das große. Juste ich habe einen Problem. Ich habe einen Problem. Ich habe mich nicht möglich. Zum Schiff jetzt hier. Ähm, ok. Kommt es jetzt mit oder wie? Jetzt wird es auch wieder haupt und okay. Oh geil, jetzt wird es voll in die... Okay, irgendwie. Aha, ok. Jetzt haben wir die Fähigkeit, die wir vorher nie gebraucht haben. Ah, ok. Ich sehe schon die Ballen hier. Unterschiedlich, äh, Energie. Da ist noch was im Gebäude. Irridium. Kann man sich nicht in der Stadt haben hier zu stören? Ich könnte ein bisschen ausweigen. Bissermaßen. So. Okay, da sind Waffen drin. Ah, da kommt was. Warten. So. Okay. Nichts, nur andere Beulenschaden sind doch natürlich jetzt. Oh, oh, zurück, 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 zurück. Boah, was ist das? Boah, was ist das bitteschön für Waffen, ey? Puh, das war knapp jetzt. Was hat im Schiff verloren? Also, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Das ist doch nicht so einfach, wie man eigentlich denkt. Wieso habe ich es denn so einfach, wenn ich es so anschaue? Okay, jetzt ein bisschen Zornbonus. Was ist das jetzt korrekt? Wo ist der Vehikel, oder was? Komm, woher kommt der? Okay, dann haben wir das immer weg hier. Okay, dann haben wir das immer weg hier. So, warte mal, die soll sich hier entschärfen können. Genau. Genau geklappt, wie ich mir gedacht habe. So, das ist noch was, holen wir auch uns kurz. Hier ist so viel zu collecten und zum sammeln, das ist echt krass, ey. Oh, wir haben die Minen aktiviert, hast du gesehen, irgendwie. Also, das ist ein weiteres Schiff für uns. Ne, warte mal, das war so alles Schiff am Anfang, ne? Ja, wir sind wieder gestartet, ja. Oh, oder was? Viel speziell, dass man hier aufs Dach raus sammeln kann, kann doch klicken, irgendwie. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Im ersten Moment. Oh, das haben wir noch gebraucht, letztens, dieser komische Metall. Das heißt, man kann die Upgrades auch so bekommen, für die ganzen Minen und so weiter. Ach ja, hier ein Pimpuls. So wie wir es sagen, wir gehen jetzt voll auf die Los jetzt hier. Also, da kommt ein Stift, um uns zu helfen, oder was? Nur eins, nur mehr. Darf ich mal, dass die hier uns ziehen? Ja, ne, mit dem Ziel auch, genau. Boah, das ist mal unser Bärsen, ey. Krass. Klar, wir haben uns durchgeboxt. Ich sehe noch welche Rohstoffe wieder. Okay, maximal so nah, mir maximal. So nah, ein bisschen noch nicht wirklich gebraucht, ne? Wisst ihr was, jetzt, ich gehe mich hier mal kurz weg. Na gut, dann greife ich mir die Kräuter an. Die wollte ja nicht anders, tut mir leid. Das holen wir kurz noch. So. Okay, jetzt haben wir die Kräuter zu für euch. Das ist noch was. Sehr schön. Okay, jetzt weiter. Komm, so wie so ein Strategie-Spiel, irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Aber irgendwie. Doch, ich weiß schon, wieso. So, wie es hat es dargestellt. Das Ganze. So, jetzt wollte ich eigentlich hier oben noch kurz das hier freiräumen. Mal kurz da hin. Weil ich habe das Gefühl, wenn die roten Punkte ausgelöscht sind, ist die Mission zu Ende. Und da habe ich die Mähemission nicht gemacht, beziehungsweise Ressourcen dann irgendwie nicht geholt. Also, ich habe das Gefühl, 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 ich habe das Gefühl Untertitelung des ZDF, 2020